ja komm lass gerne normal mann du kannst auch gerne noch kommen spielen ich will eigentlich will ich auch gar ganz mehr spielen ist schon laut was ist mit dir? du bist schlimmer als lass doch einfach normal spielen habe ich gerade gesagt ok gut ja fuck bro ich brauche nen snickers nein ich brauche mein mental health zurück ja genau ich weiß du erledigst mich jetzt hier mit meiner eigenen argumentation ja warum spielt man normal wenn er keine rede zu gehen geht da kann man auch eine wand anstarren so bei aram habe ich diese argument dazu gebracht ja normalerweise stimme ich dir auch bei jedem normal zu zumindest in league war daran weiß ich nicht so ganz damit würde ich mich jetzt gerade gerne rausreden ok perfekt hi oh nein der war gedeutscht? anscheinend oh woran kann das gelegen haben? bestimmt nicht an duis wie sweet oh mein gott was ist los? dinge ja momo momo hat dich gemalt mich? mhm aber in dem style wo ich angefangen hatte you can use it wo kann ich das sehen? in meinem discord in our channel pfff du bist nicht auf meinem discord? du kannst es wird heute immer schlimmer weißt du das eigentlich? ich benutze kein discord is you gay ola er ist nicht auf dem discord das ist okay ich hätte jetzt auch gehofft dass da niemand wirklich überhaupt liegt ähm weil selbst wenn ich da wäre hätte sich halt die aktivität seitdem ich freigetreten bin nicht verändert wenn ich wenn ich zwei nachricht schreibe bin ich aktiver als auf meinem eigenen schade chamber chamber are you new to the game? chamber 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 wie das so zweimal als wenn das irgendwie so ein gedicht wäre chamber chamber did you new to game? to don't die in public but to die in shame chamber chamber your rent is high your rent is high not up to the ceiling but up to the sky schwierig war das nicht derselbe der mich gebackseed und hat bei ihm? mhm glaub ja oh my god what the sound oh my god what was that sound astra that sounded so hard can you do it again? mhm 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 oh my god big kass mhm ja wir haben wir schon mal gemacht ähm gabe einige problem damit wenn das nochmal wieder kommt muss ich das ein bisschen umeändern ja du bist woman ah wumann 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 na wumann wumann Aber ich wollte es kaufen. Es kostet 10 Euro? Es ist okay. Wie alt bist du? Du klingst offen. Kann ich deinen Alter sagen? Ja, sicher. Ich denke, ich bin 29. Ah, fast. 22. Almost. 7 Jahre oft, klar. Junge, imagine, Alter. You sound old in den Valorant-Game gedroppt zu bekommen. Du bist aus der UK? Nein, nein. Aber du bist aus einem englischen Land. Nein, ich bin aus Deutschland. Oh, Deutschland. Und du hast Hitler unterstützt. Ich denke, Ado ist sehr gut. Das war der Punkt, wo wir ihn reporteten. Ich war schon sehr geduldig, falls ihr das gemerkt habt. Ich habe auch vieles erwartet, aber nicht You sound old. Das hat mich keiner abgeholt. Die klingen waren eigentlich alt. Ja, du kannst 10 Euro für den Champ bezahlen. Das heißt, du musst alt sein. Oh, der ist nicht um die Ecke. Das bist ja gar nicht du. Hä? Bist du Gott da oben? Oder siehst du einfach irgendwie weiter als andere? Hey, ich bin doch hier. Ja, nicht du, der mich getötet hat. Okay. Du weißt aber schon, dass du, wenn du die Handschuhe jetzt an hast, mit Chamber schon das rote Knife reinnehmen musst, ne? Ah, stimmt. Das muss ich dann ändern. Das nennt man dann in der Fachsprache von Skin Connoisseurin A nice craft. Oh my god. Such a nice craft. Weil du hast das dann ge-crafted. Oh. 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 Genau. Das meine ich. Der Charakter zwingt dich ja echt dazu, jetzt Operator zu lernen. Ja, der Charakter zwingt mich wirklich. I'm gonna Cream Hoyer. Oh my god. Oh my god. Du hast die noch nicht gemutet? Doch schon längst. Was? Was? Hat er gerade was ähnliches gesagt? Ne, aber warum hast du gerade gesagt, I'm gonna... I'm gonna Cream Hoyer. Das hat gerade jemand bei mir im Chat geschrieben und zog auf meinen What's a nice craft Oh my god Ich dachte, das kommt von ihm Weil das so weird kam Ich bin ein normaler, underpowered Hero hier Und muss jetzt meine Fähigkeiten benutzen Kann das jemand zerstören? 120 auf Cypher Scheiße Ich bin es Niemand wird dich sein, Alter Ich sag's wie es ist Hervorragende Idee Die C ist sowas wie die Gin W Wenn man drüber läuft, dann wird das zu so einer Blume Die dich slowt und damage macht, wenn sie platzt Aber was machst du eigentlich denn? Stress Ah So über den Heaven Ja, das ist auch von der Zwang ist wichtig Nice one Raynaud Holy shit Was hat die Odin denn für eine Walking Accuracy? Der um Äh lol Es ist nicht CSGO Aha Wieso war da gerade mein CSGO-Reflex? What the fuck So über habe ich gemütlich auf A gehalten Du kannst A kommen, weil da die Okay Hm, hm, hm Ja, ja Ich hatte meinen Plan Aber es wurde verbrannt Sie alle gingen zu dem Plan According zu dem Plan Bis ich habe eine Errung in meinen Aas In deinen Aas Ja In den Aas Du stirbst auch noch, Anna Okay, Brandy Nudge So, ich habe fast wieder Ulti, es hat fast wieder Spaß Ich weiß genau, wo du bist Nehmen wir uns beiden vor den Zupik Oh, no Oh, die 3-Hart-Frisur Oh mein Gott Äh Ich spiel's einmal an den Shooter, Alter Mein Shooter-Gedächtnis für Knöpfe Für Knöpfebelegung Komplett gelöscht Das ist so schlimm Oh Junge, also allein für Setup Muss ich jetzt eigentlich das Oh, look at it Look at this craft Oh mein Gott Oh mein Gott Look at my craft Like, seriously So much thought put into this Like, look at my fucking craft Oh, oh Ich habe mich selbst geschmiert Ich habe Battlefield gespielt Irgendjher hat das mein Gehirn überschrieben Eigentlich schön Eigentlich schön Hm, nicht so geil Hm, spannend Frech Absolut frech Nice try Nee Nee Halt, nee Nee Bin ich einfach von mir selbst enttäuscht Weißt du, was ich nämlich überdachte Ich dachte und überlegt zu faken Und dann wieder Heaven zu gehen Hätte ich das mal gemacht Hättest du das mal gemacht, ne Too stupid That's me Last round Mach mal da nichts kaputt, please Ich kann nicht Kannst du es kaputt machen Gut, das war nicht ich Ach man Ich habe es gerade komplett gebacked Oh, hier haben trotzdem nicht gerafft, dass wir kommen Wow Einer haben Einer links Das, was ist denn bei Phantom Wer da reingegangen Last round before the switch Ist Ragen im Normal, ja Warum Ragen im Normal? Weil mich der Server als Person aufgeregt hat Nicht als Part dieses Gameplays Aber danke, dass du fragst Oho ach Crazy peckerbrace significant You should get teat Not Last layer Band Moment At That's that Switching size Reloady No Actually, so wie aggressiv die runner hier gefällt mir nicht so oh ja die pushen das doch ich habe meine schlüssel verschossen naja ich vergesse dass das begrenzt ist die rausgehauen im ende der runde gerade ja ok kurz ein test dnp, nice, alles raus ja und er geht mir straight up headshot ok sorry uuuu ok idam, wir machen es stolz ich hätte jetzt gerne wieder eine ult damit ich wieder spaß haben darf was machen wir? nicht kaufen glaube ich, wir forcen das anscheinend let's go mitte, mies fuck did that happen zwei ja gut und b leid joo wo wäre das nicht passiert, da stimme ich mir zu ich hätte direkt instant teleporten müssen ja, it's always by time, right? ja, it's always by time, right? ich glaube es wird irgendwas war vor b ich habe gerade ganz technisch gekonnt ne 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 waffe er sneaked ich glaube die gehen auch die gehen nicht auch übrigens die gehen nicht auch übrigens NICHE NICHE oh man fight planted you can shoot me every time, chamber okay i guess we're buying, right? nice we're buying every round, anscheinend fukas ey so schlecht viel zu weit gepiekt auf einmal jedi pushen ich weiß ich weiß genau wo du bist ich weiß genau wo du bist in welchem zustand sind wir in welchem zustand bist du eigentlich ähm weiß ich auch nicht keinen fick mehr gebend aha nein ich bin grad nice craft was am erstehen muss mein craft mal sehen was was nein nein ich will nicht dein craft sehen aber guck dir die farben an oh my god such a nice craft nööööööööööööööööhhh like i put so much time and effort into it it's such a nice craft like really actually danke für's mich wegnägen ooooohhhhhh Lukas oooohhhhhhh oh come on es war aber so gut gespielt trotzdem war halt nur am Ende wie sie jedes mal bewusst gedocht hat wieso glaubt ihr dass ich irgendwas bewusst dodge? what the fuck Also wenn es was geht, also ich dodge nichts bewusst. Verweismittel Nummer A ist mein Gameplay. I fucking love this game. Du hattest mal ordentlich meinen Tag heute. Was passiert, mein Kreis? Oh mein Gott, ich wollte durchdash. Ich dachte nicht, dass ich hinterher pushen, schade. Gefällt dir bisher? Ähm... Sieht gut aus. Die Bestandung. One enemy remaining. Just one! Ui. LIE ME! 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 Ich werde gleich von der Nade so weggemacht. Die beste Frage ist, wenn er nicht mehr singt. Okay, hol mal Kills, please. Noch jemand helfen, auf jeden Fall. Aha, aha, aha. Hast einen Rick gehört raus? Ja. Oh, mein Gold. Wieder raus, oder? Oh, schade. Ich wollte eh, dass vorbei ist. Ich wollte meine Rahmen-Sachen stirn und für ein normales Game mache ich mir da definitiv nichts Mühe. Weißt du, wie ich mein? Klar, sicherlich. Oh mein Gott. Oh mein Gott. I've got the big tight. Okay. A new patch is available? Well, I don't fucking give a sign. Mhm. Family friendly. Heute kommen で اُ� PACO Vor Anchor. Die Ierle Lady with SS1. Die Ierle Lady. Anyway, ca C Call Aviv. Euer Olympiade. Es begriffen die Köln Abwehr. Wie heute Abend wird opٌか? E ś- May 2020 Hello. Bei mir aufiones Legendaire. Wir beidenols. Wie heute Abend ist für Kölner. Wie heute Abend wird für dich? Bis zum nächsten Mal.